ARD Text im Auftrag von Funk Hunden Hunden Ich stehe jetzt eh heim Hm Na jo Ich will mal auswärts sein Schwarz oder Rot Mir wurscht Rot Rot Schwarz gefällt euch nicht Ist auch gefallen schon Trinkt aber kein Glück Hehehehehe Ah das ist ja auch viel Das holen wir uns jetzt Leute Habe ich jetzt schon Grinder gespielt oder Ja Jetzt hat's Grinder drin Ich hoffs zumindest Ja Dann spielen wir doch abwechselnd ne Auf geht's Auf geht's Komm Wie sie wollen Ich glaube sie ist eh gleich Ja Weil wenn ihr spielen gehe ich viermal zuhause und vier dreimal zuhause wenn es auf sieben Spiele geht Wo haben wir Jetzt hier los Komm Probe uns Jetzt gucken dass wir auch größere Abstände halten und uns nicht hier reinwirken lassen Naja Ja Gemeinsverteidiger steht auf jeden Fall sehr tief Da steht schon fast im Blüten Ja Jetzt probier aber vorhin hat Greg selbst einen Slot zu machen Jetzt Wo sollen wir jetzt in Position Ein Slot ne Passt doch Mach schon ein Slot Das ist tot Das ist tot Oh da bin ich drauf gehen zu Oh alter Schwede eh Steve Ja versuchst es Abseits Ja Alter Wie sich meine Redezeit geht auf mich Aber ich meine auch wieder dreht Ich hab schon links passlos loslassen Ja weiter Das ist Ja Ich hab es dann nur im Slot stehen nicht Ja Wir haben es dann nur im Slot stehen nicht Ja 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 ich gucke und scheiß lass bitte über Gregsons Verteidiger spielen Oh Gott Meine Güte ey Und scheiß lass mich über Gregsons Verteidiger spielen Ich muss ja jetzt mal eine Scheibe haben Na ja Das ist schon klar Ich hab kein Bulli mehr jetzt jetzt Ja Ja So Wann hab ich das jetzt erstmal mal an? Ja 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 Da Ja Aaaaaaaaaaaa Hält mit seine Kunde Charging Boah. Kann man jetzt aufwachen, ne? Ja, danke. Auch da wieder. Ich leg den auf die Rück. Mann, passt hier direkt. Ich hab das schon alles gedrückt. Irgendwas passiert. Ich hab nen 38er Ping, Alter. Oh nein, Kontrolle holen. Ja, genau. Komm. Ich hab flach geschossen. Wie hoch der aber auch kam, ey. Ich hab flach geschossen. Mal davon abgesehen, dass es eigentlich ein Slipper war. Aber ja. Minute 8 noch. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ja, ich hab das. 5,4,3,2,1 Ich hab ihn gepinnt Ich hab ihn gepackt Ich hab ihn gepackt Ich hab ihn gepackt Schade, man Schade, war gut Was habt ihr jetzt gesehen, wo der Marsch steht? Ich konnte den Push Ich schlieg komplett falsch Ich hab ihn gepackt Ich hab ihn gepackt Ich hab ihn gepackt Er nimmt ihn nicht an Check ihn doch, Mann. Und noch. Was war denn das jetzt? Alles klar, dass du ins eigene Torpass geschossen hast. Nee, dadurch das Ende war. Ich hab nichts zurück... Ich hab's nur aufgenommen, dann haben wir das Spielfeld. Dann war das Rittel vorbei, dann hab ich einen Punkt verloren. Den Start haben wir mit Saber verpint. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Jupp, kann man so sagen. Da hab ich auch Gefühl, da hab ich auch keinen Pass in den ersten 10 Minuten anbekommen. Aber es ist drauf aufbauen. Sonst haben wir immer das Ende verkackt. Ja, aber wenn du 2-0 hinten bist, ist das natürlich super, ne? Brauchen wir halt immer. Arbeiter-Mannschaft. Mentalitäts-Monster. Ah, da nix vorbei. Kein Schuss. Wurde auch alles geblockt. Mhm. Und die, wo dann kommen, der sich irgendwie auch klimitentwicklung. Auf geht's. Ja. 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 Auf geht's. Der erste war ich direkt frei. Mein Gott, ey. Wenn ich draufgehe, ist der Pass komplett offen. Wow. Mein Gott hat auf die Post reagiert. Ich wollte nur auf den Push hin in der eigenen Zone. Gar nicht. Vlox den Kermit. Ja. Drill. Also kurz vor der Planung vor der PK Residentien, das ist ja schon wieder einiges an. Du wolltest nur mitlaufen auf den Werbkreis. Ja, wollte ich auch. Das war gut, dass du das gesagt hast. Ich glaub im Essen wird auch das Gregson Spiel, da wäre da viel mehr Tempo gehabt. Okay, komm Gregson. Warum mein Check zu Ende? Darf geht die Verteidiger. Steh da! Sorry. Pfff. Das ist gut. Haben wir. Pff. Da starten 2-0 der. Ah ja, das ist nicht normal. Kiwi die nicht starten 2-0. Gerade der Pass, als die bei uns ins Dritte gelaufen sind, der hat den einfach mit R2 durch mich gespielt. ... Stark wichtig. Ja, meiner... ... stammt gut gut ach Eier 8 Prozent Aargh Dump Klaus Ich konnte nur nicht in den Pusch Defensiv Nichts anderes mehr Kann ich, machst du rechts oder links? Links Schön, ja gut. Schöne Box, Jungs. Mitte noch. Ich steh doch da. Wie kickt denn den Pass da vorbei? Die ganze Zeit. Das ganze Spiel über. Genau wie eben das 3.3. Rechte Seite von euch. Jop. 1.2 Sekunden. Au. Mit dem Schlittschuh, Alter. Nicht schlimm. Ich bin vollzellig. Hier, hier geht's. Oh, schade. Schade. Bring ihn hier flach. Hier hin. Links, mal zu. Der gerade hat sich ein bisschen schiss, wenn ich schiebe. Wenn der das kurze Zubach ist, lange hoch. Macht Sinn. Stark nicht. Schockt den Einblick. Ja, pass. Was? Er will nicht checken. Schott. Ja, das war echt. Das war sehr gut. Ich verstehe dir das kurz. Luke. Und ruhig ist, Alter. Alter. Ja, der war komplett open. Der Pass muss ankommen, Alter. ja ja alter der scheiße händler ist sauber wird den zu haben dass der wohne links durchführungsstatter fack auf echt ganz ehrlich an der erste schnelle pass ankommt dann haben wir das ja wir hatten aber nicht immer so leicht leider ich habe jetzt auch mehr glück gehabt dass ich dem einen noch und der planstik lift gehen aber das ist das das was ich eben meinte dass wir den ersten verspieler sonst laufen wir uns fest in den neutralen jedes ist immerhin zu dieser einfach ja aber das ist ja ein bisschen mehr Risiko halt geht ja genau jo passt jetzt sei doch dass es ein Eissing ist wir wollen schon ein bisschen aus aus ich will er jetzt gegen wieder pushen ja nur gegen hoch geht wenn er hoch geht holle ich bin klick schon schreit wie viel hat er gesagt wie viel hat er gesagt was hat er denn hat er stark gemacht wenn er auch mal ruhig sagt ich kann nichts machen korrekt vor allem auch schon drückkopf es ist eben wieder denn danke dass der wo ein hinterher durchgerutscht ist also wollte ich ihn tatsächlich haben wir ja noch etwas stamm richtung packt sie irgendwo rum oder rutscht halt wieder wenn wir mal zwei auf eins gegen gegen deinen laufen das war doch immer so mit dem stick ja gehen mit dem nein gehen mit speed of den einfach rein oder dadurch der wird also von dem eigentlich weg durch das stück links also heben wird man automatisch langsam gute schutzquote wenn er rüberkommen dann gehe ich schnell auf vorhanden auf wie auf wie wir kriegen noch unsere chance alles gut jungs nur ganz drittel also auf geht's kommt er mal ich sag gleich bin endlich woher tief ja spiel doch ich hab gepasst alter ey kann nur gerade stark jonas ja genau hab's jetzt noch kein bock auf abbremsen einer nur ja gut sehr gut ah ich dachte er läuft doch man hätte etwas sagen können stefan probier doch mal nächstes mal mit einem normalen Handklink oder guck mal dass du ihnen auch einfach Slaps alter ohne Scheiß ich hab dich schon nach hinten gezogen wenn ich da aushol ist er irgendwo den hab ich draußen gesehen wenn ich ehrlich bin 2 2 nimm ihn raus alter das war die Grähe in unserem Team ohne Scheiß ich kann ja bisschen daneben gehen so kommen wir jetzt auf gehts hab ich hab ich 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 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 4 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 1 5 6 6 6 6 und was ist das? ja da kommt ein Speed gegen dich! die der noch von links ich muss den einfach raustun, der hat mich wieder über den Haufen gefahren jetzt muss er noch wenn du ihn normal bekommst in so einer Fasse kriege ich ihn doch nicht Alter, er hat ihn schon verloren oh die Gegendorin, die im Spiel kriegen, hey aber komm, stand der auch wieder dazwischen davon mal abgesehen, vom Lumpskill ist erst wenn wir es machen ich stelle mit dem Post dazwischen und mit dem Defensive Spielstick um halb zurück und schluss ich ziehe ich ziehe nach finnland also mit der 1 das ist der Spiel wieder nicht und einfach nur wegschauen Ja, den Schöchsen Aber Wahnsinn, ich wollte nur den Pass wieder durchspielen und das ist der Spiel wieder nicht richtig weg Komm, vielleicht geht noch was Ja In dem Moment muss ich abbrechen, weil sonst Ich muss auch was sagen, dann Ja 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 Das ist der Logik, also. Eventually, die Puck in die Net. Enough times to win. In the meantime, and in between time, he's Ray, I'm James, goodnight. Hei, 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 hei. Wann ist das nächste Spiel? Donnerstag? Donnerstag. Aum 8, oder was? Weiß ich nur nicht. Ich vermute. Ich hoffe nicht. Donnerstag. Sollte ich hinbekommen? Also herzlichen Dank an die Zuschauer, das waren die ersten zwei Spiele, die nächsten zwei Playoff-Spiele sind dann Donnerstag, kommt wie immer der Ankündigungspost, danke fürs Zuschauen, wir werden jetzt mal unsere Fehler besprechen, wünschen einen schönen Abend, bis ich hoffe, bis Donnerstag, Servus!